Ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott an meine liebe treue Fangemeinde da draußen. Ich melde mich heute mal so kurz vor Weihnachten einfach mal wieder mit einem kleinen, nennen wir es Statement-Video. Es hat sich bei mir im Laufe des letzten Jahres wahrscheinlich genau wie bei euch einiges getan. Abgesehen von Pandemie und Co. und das, was uns alle verfolgt und tagtäglich begleitet. Ich will da gar nicht drüber reden, denn ich glaube, wir werden den ganzen Liedentag lang wirklich ausreichend damit belästigt. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns lieber auf das, was uns gefällt, statt uns ständig an dem aufzuhängen, was uns eigentlich nur Kummer bereitet. Und das, was ich jetzt zu erzählen habe, das bereitet ganz gewiss keinem Kummer. Es hat sich bei mir einiges getan, was so das Externe außerhalb der Lauschecke betrifft, beziehungsweise meine Tätigkeit als, ich nenne es mal, Sprecher, was nicht direkt den YouTube-Kanal hier betrifft. Und zwar habe ich ein, nennen wir es ein Arrangement erhalten, über das ich jetzt die Möglichkeit habe, ein Hörbuch, eine Hörbuchreihe einzusprechen, einer sehr bekannten Autorin. Und ja, das ist eine bayerische Krimi-Reihe. Und da sie bayerisch ist, ist es wohl ziemlich klar, dass hier auch mein heimatsprachlicher Dialekt nicht gerade wenig mit einfließt. Und diese Hörbuchreihe ist sozusagen jetzt gerade in Bearbeitung. Es ist jetzt das erste Hörbuch rausgekommen, das heißt Rebentod. Ich werde euch das auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und das Buch ist geschrieben von Martina Schmidt. Also es ist nicht von mir geschrieben, ich habe es nur vertont. Und ja, das ist unter anderem auch der Grund, um mich da so ein bisschen zu entschuldigen, weil es zur Zeit einfach so ist, dass ich für die Lauschecke nicht so produktiv bin, wie ich es vor einiger Zeit noch war. Also vorher war es so, es kam ungefähr alle drei bis vier Wochen was raus. Jetzt sind es mittlerweile schon alle fünf bis sechs Wochen, einfach weil ich dadurch ein bisschen eingespannt bin. Und ja, auch andere gewisse private Umstände und was das Leben sonst so mit sich bringt, das sind einfach so Faktoren, die mich ein bisschen einschränken. Ich hoffe, dass diese Einschränkungen nicht so bleiben werden. Aber es ist nichts Schlimmes. Also mir geht es wunderbar, fantastisch und da muss sich jetzt keiner irgendwie Sorgen machen. Aber das ist eben das Problem eines Ein-Mann-Unternehmens. Du musst dich halt rundherum um alles kümmern. Und das ist, ja, sagen wir mal, ein ziemlich Zeitraum manchmal. Ich mache es aber trotzdem gerne. Und genauso gerne mache ich auch diese Hörbuchreihe, die ja jetzt so ziemlich am Anlaufen ist. Es ist nicht so das typische Genre, was ihr sonst so von der Lauschecke kennt, weil ihr seid ja normalerweise gewohnt, Creepypastas, Horror- und Gruselgeschichten und alles in dieser Form von mir zu erhalten. Das ist es diesmal absolut nicht. Es ist ein bayerischer Krimi. Ich kann euch nur empfehlen, hört mal rein. Hört es euch an. Und wenn es euch gefällt, ist es super, wenn ihr sagt, mein Gott, der soll lieber bei seinen Gruselgeschichten bleiben und nicht irgendwie bayerischen Quatsch erzählen, dann ist das auch okay. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, das jetzt hier auf diesem Kanal auch nochmal zu teilen, euch mitzuteilen und euch auch die Gelegenheit zu geben, ebenfalls an diesem bayerischen Schmankerl einfach mal teilhaben zu können. Ja, genau. Jetzt habe ich dafür schon drei Minuten verwendet, um euch einfach zu sagen, es ist ein Hörbuch rausgekommen, wo meine Stimme drin auftaucht, beziehungsweise meine Stimme die Sprecherstimme ist. Und mehr will ich euch eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch ein paar wundervolle, besinnliche Tage in dieser, ja, etwas belasteten Vorweihnachtszeit. Aber wie gesagt, wir richten unseren Fokus auf etwas anderes. Ich wünsche euch einen ebenso guten Rutsch ins neue Jahr mit hoffentlich wieder vielen weiteren schaurigen Geschichten, mit denen ich euch beschenken kann, dann auch nach Weihnachten noch bescheren kann. Und ja, kommt gut durch diese Zeit, bleibt gesund. Und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Michael von der Lauschecke.